auch geil weißt du zwei minuten mit einer timeout eins gegen eins nur jungs hast du mir gerade den kill weggenommen das war schon wir haben ja nur vier gegner gehabt oh ja mach mal stay oh ja ich geh b ich geh mitte ja dann geh ich lang 3a oder? ja ich spiel mal lang ich geh erstmal b mit mhm mhm you know what i mean oh man ok save call ich bin down ich komm mit nem klick lang ab geh weg ich bin im pit du kannst wegschieben geh weg warte ich pick jetzt ja race einer rechts wo denn? ja mit to b smoke ich geh nicht lang raus ich geh über ct oh einer hat mir recht er ist zurück gegangen mit rein einer auf b einer auf b zwei auf b niklas nicht picken lassen warte auf uns wir sind zu beiden headshot ne vor allem das sie nicht geplant haben also ich würde das crimson wepp nehmen wenn du mir das schenksten möchtest schenksten möchtest schenksten möchtest ey vor allem wie lange ich da gebraucht habe um eine halbwegs Floh zu kriegen die richtig gut aussieht nur das ist ewig dauert ey pass auf das karambit hast du abgegeben ne auf auf gegeben oh wir machen jetzt x b einer 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 hat hit du musst doch nicht treffen ja einer mit der mitte steht mit hier soll ich die akers safen oder können wir noch was holen das holen die runde man das unten unten schön schön noch einer los weiter warte 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 auf spot plantet ganz def nein wie dumm bin ich ey sorry mango sorry mango meine schuld meine schuld ey wisst ihr was es war klar als mango im 101 da hätten wir schon abschreiben können ja es war meine schuld mann ich sag immer warten und was mach ich hier ich lauf hin mann aber weißt du das geil ist ich dachte wenn diese animation kommt wenn er von der bombe aufsteht ne dann kannst du ja nicht die millisekunde kannst du nicht schießen ich darf dich kriegen schmucken lang bleib def ich lenke ab vielleicht können wir einen ziehen vor langen steht vor langen steht zt runter ja zt runter bombe lang ich mit arfe äh das war dumm zt 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 Ich weiß nicht, dass es mich stört. Der darf wieder kassieren, der als letztes kommt. Hat wer Kevlar? Ja. Kommt raus! Oder? Hier die Bombe, warte. Aber ich glaube er ist drin, oder? Ja, er ist drin, Klaus. Der ist dein kleiner Schlag. Geht kurz, 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 kurz. Ich spring jetzt ein. Noch ne Flash, aber kurz war safe. Stepp. Es sind noch zwei, ne? Weil du da eben so gemütlich rausgegangen bist. Ich? Ruhig, Leute. Guck mal CT. Schön. Noch eine. Und? Diese scheiß Booster, ey. Schön. Kann liegen? Auch? Ne, auch keiner. Ja. Ja. Wenn du rüber springst. Ja. Rechts. Mitte. Ja, ich geh Mitte, ich geh Mitte. Stepp. Die Blond Flashbang. Fuß. Ja, weh. Aber nur einer, nur einer, nur einer. Mitte steht, Mitte steht. Die Blond Flashbang. Erst durch die Smoke durch. Nein, ist das nicht, ey. Hab ich einen. Das ich so voll war, ne? Wie hat denn der B bitte rausgeflasht, dass ich, wenn ich im B schon drin war, so voll war? Ja. Minimal? Das Minimal? Hm? Das Messer? Äh, ja. Kann ich A gehen? Ich tausch mit dir. Obwohl... Kann das nicht B gehen? Okay. Hallo Niklas. Du bist zu win. Wer will AK? Kann mir jemand eine Pistol droppen? Ich lege. Ich lege. Okay. Ich hab keinen Kit. Let's go. Ich force direkt Shortbang. Warte, ich flash mal lang. Jetzt. Slashbang. Toin Flashbang. Toin Flashbang. Ich smoke Smack. Toin Smack. Ey Leute. Der ist Short schon dumm. Scheiße. Ich gehe auf A Spot. Warte zu einem Luka. Ah, Mango. Mitte liegt eine Harve. Der kommt nicht. Das ist unglaublich. B sind die Harve. Wer steppt hier gerade so hart von mir. B raus. Müssen schieben. Ah, B ist raus. Ich bin tot. In der Mitte liegt eine Harve. Ja. Einer Fenster. Und er hat keinen. Das hat mich jetzt verwirrt ey. Das mit Fins. Fuck. Unten. Kannst schon saven. Nicht gut Jungs. Mit Pistols. Kannst du eine Nade kaufen Niklas. Richtung Mitte werfen. Oder eine Smoke. Ähm. Wo Mitte sind? Ja. Dass sie nicht wissen. Das war ne Langsinn. Was? Ja ich hab gedacht du rennst weiter. Ja 2. Ey. Einer ist B schon raus. Mal Mitte. B. Wollen wir den Umrush schon probieren? Ja ist fahren. Kommt. Ups. Nö. Schade. 78 in 5. Und er gibt mir ne Diegelschelle ne. Diegelschelle ne. Diegelschelle. Brrrr. Ah ah. Smoke. Die Antiflash B. Könnte nicht ausmachen. Lachen. Und lang. Lang verkommen. Warte. Den. Mit der nicht gestorben ist ne. Du musst sagen wenn die rauskommen ne. Ich notiere jetzt CT. Oder auf mich. Oder auf mich. Ja. 4,9. 6 AP. 6 AP. Mann. Schieb. 2 Shot. 6 AP Shot. Schön. 1. 4. 5. 5. 5. 5. 5. 6. 6. 4. 9. 10. das war schuss nur mit der oben rechts er hat ein aber unten mittel und mittel und ich muss an schock ich war nicht lang und es hat bei mir so geruckelt man war lang was denn du hast das gibt es nicht 9 hp die zeit auf dem gott ernst das tot in 9 hp man nichts gibt es nicht nur ich raff es nicht ein was ist das Das ist ein O-HP mehr überleben, Mann, die Leute. Boos mich nochmal kurz. Ich hatte aber auch gerade dermaßen Glück, dass sie mich einfach nicht mehr durch die Smoke angeguckt haben. Kurz down, bomb. Ne, doch nicht. Lange sehe ich nichts, ziehe mich zurück. Kurz hat mich angehittelt. Mitte. Mitte zur Tüte, zack, zack. Mitte zu B, Smoke. Okay. Schönen, Niklas. Noch eine. Gehen die durch oder fegen die? Ich stehe noch kurz. Einer Mitte. Kannst du mit der Mitte flashen? Einer, zwei, ich stehe keiner. Ich kann irgendwo gehen gerade. Katas kann raus, komm. Katas raus. Robin. Schön. Noch einer. Noch einer. Ich denke, es ist so geil, wie viel die Smokes liegt. Da höre ich die ganze Zeit gegen die Wand. Wir hatten gerade geforst, müssen jetzt eigentlich Echo haben. Meine hatten beide eine AK. Ja, meine hat er auch eine AK. Oh, der ruft mich gut. Schon wieder eine ARBE. Ich bin zu fett. Bleib mit Glasscan. Das ist keine ARBE. Ja, das ist eine ARBE. Hey, was? Was hat der? Der ist short. Alle? Das ist einer. Können auch mal mehrere sein. Mit Tech-9. Haben die Farmers jetzt. Leuchert. Jetzt hat lang. Ja, zwei noch short. Einer noch short. Offensichtlich. Nice. Flank. Schöner Shot. Weiter geht. Schmuck. Hey. Schmuck. Kommt CT, glaube ich. Mr. Mate. Unten. Drin. Zombies bei euch. Wo? Wo? Der ist CT. Geht er. Der ist def. Die Bombe. Ja. Stell dich einfach hinter die Xbox. So da. Rechts die Box. Große. CT. Oh, Niklas. Hold up. Hey, weißt du? Das lag bei mir wie Sau. Ich finde, was ich gerade überhaupt nicht verstanden hatte. Kann ich mal kriegen? Kann ich legen, Lukas? Nein, nein, nein. Grün, bitte. Dann kann ich schnell. Nicht schon. 3 Awe oder so, Alter. Geht er nicht hin. Ich habe irgendwie. Ich hatte den Flash Short gesehen. Bin vorgepusht. Auf einmal steht da neben mir der Gegner schon. Flash Short. Kurz, 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 kurz. Irgendwo auch was. Flash kurz. Ja, ich auch. Ja, komm mit der Scout raus und gib mir. Hä? Alles. Weg nochmal. Komm, ihr Busse direkt durch hier. Hey, wie kann ich das? Wie kann ich das nicht spielen? Schön. Schön. Niklas, das war jetzt wichtig. Bin auf B, Mitte ist frei, ne? Short, könnte was stehen. Ja, Short. Flash. Hat jemand eine Support-Flash? Nein. Nein, aber ich sitz am Auto. Jetzt, jetzt, hier rum. Er ist nicht frei. Ah, der ist nicht frei. Bitte, Mann. Bitte, bitte, bitte. Bring einen, gegen einen. Ihr habt die Bombe, oder? Ja. Der kann jetzt auch A-B haben, Niklas. 10 HP hat Niklas. Mangro muss safe spielen. Ich glaube, ich Richtung Mitte hat irgendwas aufgesammelt gerade. Niklas, ich werde in die Box gehen, wenn er langkommt. Ich bin ein bisschen gefickt. Hast du, der geht lang? Leise, warte. Ich möchte sie nicht aufmachen. Er schießt sie sogar noch mal weg. Ich schläge dir eine Arbeit, leg mich in einen 4. Vielleicht hätte ich mir auch in einem bestimmten Wickel gebrochen, dass er zu mich fliegt. Zu mich fliegt. Zu mich fliegt. Also, was ich schon abnormale Shots kassiere in dem Game von den Dudes, ey. Der war auch. Geh Depp, hab nur Short. Katas kommt. Geh, rotier Niklas, rotier. Stehen, drücken, Katas kommt raus. Ich, ich. Beide, Niklas, du kannst. Gott. Mitte, 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 Mitte. Ja, warte. Da, vor dir, Niklas, gib mir mal die AK, bitte. Rechts neben dir. Ich weiß ja, wie anlackig. Ich gucke extra aufs Radar, denke mir, Mango hat eh die Mitte, ich kann da rüber crossen, ne. Und was, äh, genau dann, ja. Wir haben halt Zeppen, Hörde, halt. In der Mitte, einer Mitte und einer noch C. Ey, das Potato Master, ein Short ist ungedeckt, Short ist ungedeckt. Ich geh schon, ich geh schon. Einer Short dann. Und nicht raus. Ich bin gefickt, ne. Können von... Rest ist A-Spot. Ich bin tot. Ah. Lang. Lang, ja. Kommt. M4. Letzter. Nein, wie kann ich das verschießen, Mann? Hallo? Einfach zu fett, Mann. Einfach zu fett. Bomb has been planted. Ja, das. Ja, aber was wir noch aufgeholt, was wir noch aufgeholt haben. Die Runden gut haben. Die knapp, die jemand war. Ja, aber... Gewand ist, gewand. B-Rush. Nee, Mann, ey, guck, ich bin der Einzige, in der B steht. Nein, 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 nein. Mach Mitte, mach Mitte B. Okay, ich geh über, ich geh über lower. Ich geh nur in der Wommel direkt mit. Über Mitte. Boah, drei Mitte, Alter. Musch'n, lol. Er geht einfach nicht down, ne? Load. Load, ich geh short. Geh weiter B, geht weiter B. Einer CT, müsste stehen. Er hat CT. Down. Boah, ich schläg's so hart gerade. Ja, ich auch. Meine Frames sind auf jeden Fall. Einer cutt hast, ne? Damit der Bombe nicht kommt. Ich versuche, ihn zu holen. Zwei CT, zwei CT. Hat hit, hat hit. Links, rechts. Links. CT, einer down. Noch einer. Copy, gleich. Letzter wo? Letzter CT. Schön. Ich hab halt keinen geholt, schön. Da ist vorne, gar nicht. Ja, hat nur mein neuer Glückskin, hat Glück gebraucht. Äh, Klaus, wir wollen dich nicht mehr. Ganz müssen wir da weggehen. Mann, ey. Scheiß, Moff, Alter. Was ist das? Lass zusammengehen, lass A gehen. Lass einfach langgehen, Mann. Das Moffing ist halt hier. Warte, Smoke abwarten. Flash abwarten. Einer pusht Mitte hoch. Lang einnehmen und go. Hit. Äh, oh. Tag 9 ist so ungenau. Hit. Hattest du ne Acker? Flashbank. Ist da jetzt raus? I'm throwing a Flashbank. Was? Was ne perfekte Game-Flashbank. Ich hab eher gedacht, dass wir von A gehen, ne? Aber... Ja, dann sag das doch! Ja, sorry. Das ist für mich logisch, wenn wir da... Ja, da musst du auch sagen. Das stimmt schon. Aber, ja, war egal. War schlecht, ey. Weil, eigentlich, dachte ich... Ich baue mit Bomber halt schon raus. Da klinge ich was lang einnehmen. Scheiß, ob du in der Mitte kommt. Du machst eh Mango mit der Acker gestanden. Hey, hey, hey. Ich kann doch eh später vom T. Hättest du doch... Ja, was? Ja. Er trifft mich halt. Man kann kaufen es. Ich kaufe die Mini-Arve. Mini-Arve ist wieder. Ey, Mann. Meine Fresse. Dieser Potato gibt mir nur one-Click. Auf und auf High-7. Das ist einfach nur noch Unreal. Der Schlangen. In der Mitte nichts. Nur einer. Wow. Ich hab minus 66 gegeben. Fuck. Ich hab minus 26 gegeben. Gib mir direkt one-Click. Hey! So, was haben wir? Und Mitte. Mit der Down-Lore-Tunnel. Fuck, Alter. Ich dachte, das wäre nicht Smoke. Lang steht mit Low-HP irgendwo. Können eigentlich machen. Meine AK liegt lang. Ich kann mich nicht mehr machen. Oh, fuck. Mango. Das Mango ist kein Bock mehr. Ey, Mango ist Bock mehr, um zu spielen? Ich hab dich kurz Spiel neu. Ja. Noch immer einer, ultra-low. Noch immer einer, ultra-low. Ich hab nicht mehr Geld. Das ist scheiße. Was steht denn bei uns jetzt noch? Niklas, startet der Spinner. Hast du Lack bei ihm? Geh ich kurz pissen. Oh. Er ist da. Was machen wir? Kann nur eine P-250 kaufen. Also, ich wäre ja dafür, dass ich jetzt... ...oder, dass Lukas eine Smoke kauft. Ich kauf zwei Flasches. Und wir rasen kurz durch und versuchen, einen Plant hinzukriegen. Kurz oder was? Ja, kurz. Überhört mal. Du kaufst dir eine Smoke. Ich? Ja, du kaufst eine Smoke. Du smokest unten, Mitte ab. Ich kauf zwei Flasches. Wir versuchen einfach kurz durchzurasen und einen Plant hinzukriegen. Niklas, nimm die Bombe mit. Wir kaufen runter, weil Mango auch runtergekauft hat. Was ist denn die Bombe? Fuck, ich sehe die Bombe gar nicht. Die liegt hinter dir. Die liegt hinter die Hände. Ach, da. Guck mal. Kaufen wir runter oder weil Mango auch runtergekauft hat? Ich hab nur... Ich hab nur... Ich hab nur... Ich hab nur einen P-250. Bei Mango hat der gar nichts mehr, wegen weil er rausgeflogen ist. Das ist... Flashback! Ja, GUSCH! Hoh, Mann! Wie kann man das so readen, ey? Ja, trotzdem. Versuch's trotzdem. Die Bombe hast du nicht. Halt's? Ich bin doch vorüber gelaufen. Alter, ich hab schon... Ja... Scheiße, Mann. B wär gut. Ausführung war scheiße. Ausführung war scheiße. Das ist einfach nur kacke, dass der Pig gegenputscht. Aber wie schnell er wieder mal war. Weißt du, das war nicht geflasht. Nix, ne? Also... Krass, ey. Ich leg mal die Bombe hier hin. Pick mal nicht, pick mal nicht. Ey, ich bait ihn mit der SSG. Er hat nen Hit. Er hat nen Hit. Ey, noch einer mit 40. Der Potato. Ich hab Dings gefaked. Lass das bestimmt weggehen, oder? Das gibt's nicht. Down. Wir kommen jetzt B. Luka ist auszielt. Einer noch. Low bei A. Bei den Kisten, wo man sich zu Short hochboostet. Ich hab halt keine Flash. Oder irgendwas. Hm. Blending. Müsst nur Spore B. Oh. Ich hab Low. Wie ist geplant? Ja. Für dich. Offen. Vor VB, oder? Äh. Für. Pick ihn doch nicht. Bin das 88. Oh, my, the low. Ey, weißt du. Ich krieg halt One Click auf Doom. In der Mitte. Weißt du. Ich seh halt nur. Schieß ihn an. Ich krieg's auf Doom. Ich krieg's on Click. Kann den um P legen? Doch, mein A. Ich kann nicht mehr um. Ich leg mal einen Bomber im T spawnen. Die A-B musst du dann mitnehmen. Oder. Ja. Pass Lower auf, ne? Wie oft der pusht, man. Boah, ich bin voll Flash. Ich hab Lower. Lower ist nix. Ich pushe jetzt rein. Ja, alle drei. Lass rausgehen. Bombe B. GB. LOL. Alter, noch CT. Nein, Bombe ist oben. Ja. Was ist das? Ah, angeschossen. Mitte, unten. Hö? Wo? Mitte, unten gewesen. Niklas. Ja, fuck. Was soll ich machen? Soll ich da jetzt hingehen oder was? Ist die Mitte oder so? Er ist halt nicht blind, man. Willst du... Krieg auf, Bot. Spot, Spot. B-Spot ist auch, oder was? Ja, okay. Hier, A. Egal. Wie, wie wenn der nicht blinkt, man? Ey, ich flash da extra so drüber. Wer guckt denn da oben rechts hin? Was ist die für... Bist du ne Arbe? Ja, wär cool. Ey, was ist die hier für'n Scheiß? Ich bin... Ich kann nicht schaffen. Ich hab ne Arbe gelegt. Da. Okay, warte. Einer B rüber. Ey, ich hab halt... Er smoked. Kötte Lower rein. Kötte Lower rein. Ich guck, dass B nicht pusht. Der Bar ist voll. Lang pusht. Könnt ihr ihn snacken? Schön, zwei A-Entrees. Lasst uns hier noch fahren. Bombe. Einer, Mitte unten. Terrorists win. Mein Aim, Mann. Komm, Jungs, jetzt ist das unser Game. Wir holen keine Runde mehr, Mann. Hatte ich. Ja, wir holen keine Runde mehr, genau. Ja, das ist die richtige Einzelne. Die Schnauze. Zeit, ne Mann. Ehhh. Schau mal, Jungs. Hat verkarriert. 2 rüber, B. Flash lang. Flasch lang. Flasch lang. Grenade. Flasch. Die haben 4 Farmers auf B. Ich lass mal die Smoke weg. Ich hab die haben nicht so viel Utility. Flasch. Lang, lang, lang. Oh, fuck. Noch eine? Das war laut, Mann. B down. Einer, low life unten, Mitte. Einer, low life unten, Mitte. An der Barampe A und Zeit. Ich geh A. A, low, wir sind auf B drauf. Ne. So, Fretters kann kommen, ne? I'm throwing smoke. Flasch. Flasch. Defektflash. Grenade. Der kommt, der dort hier aber gar. Er ist weg. Er ist weg. Letzter low life. I am blending the bomb. Arm has been planted. B. Wo? Meiner Ahnung. Cutter. Egal. Ey, was du für'n Lack hattest, dass du den da in Cutters getötet hast, ne? Weißt du, er jumpt halt wie verrückt da rum. Hast du ihn überhaupt gehört? Ja, ja. So, und jetzt aufpassen. Lass mal zusammen gehen und aim mal einer lang ab, einer Mitte ab. Äh, gelb aimt lang ab. Und ich aim hier B ab. Ganz dev von P-Spawn. Weil die werden pushen. Mitte ist nichts, Mitte nichts. I'm throwing a flashback. Sorry. Wir sind schon bei Mikom A lang und ihr tötet nicht ein, weil ihr lacht. Nur noch nichts. Ist immer was ge- Ist immer was ge-Crossed? Na, hier lang war noch einer. Pass auf. Ja, einer, einer ist ge-Crossed auf B. What the fuck? Einer steht noch in der Door drin, lang. Ja, ja, warte. Lade ihn mal raus mit einer Lade oder so? Ja. Burn! I'm throwing a grenade. Ist das ein Force oder eine Echo? Echo. Fätser für dich. Ja, klar. Lass mal irgendwo vorgehen. Ich geh halt jetzt nicht mehr B. Ich geh jetzt mit der A-Wel mit. B, B. Ich geh jetzt mit der A-Wel mit. Ey, Mann. Oh, Leute, Bombe ist. Alleiner. Ich geh mit dir. B-A-K jetzt. Und kurz. Der gibt mir halt den Klick. Fätser für dich. Fätser für mich. Nimm dich mal? Ja, der ist. Fätser für dich. Fätser für dich. Ich bleib, weißt du, das ist nicht so scheiße. Lukas. Ich leck dir 21 fucking Runden gestorben. Blow, Alter. Das ist überhaupt nicht meine Map. Nö. Jetzt kannst du die Waffe nicht mehr benutzen. Läge da drin. 1 B, 1 B, 1 B. Mitte wieder Smoke. Ich gucke nur noch lower, ich gucke nur noch lower. Er wirft alle Nades wieder B weg. Er hat nix mehr. 2 B, 2 B, 2 HES gewesen. Ich geh mit Bombe lang. Ich bin blind. Flash lang raus, warte. Onspot, Onspot, hinten im Eck. Flash, komm. 2 Mitte. 2 CT, CT, beide CT. Einer low life. Nein, einen nur angehittet. Gar kein angehittet. Einer gibt es nicht. Ich hab gar nix. Soll ich eine A B save oder haben wir? Ich hab eine. Ich kann leben, wenn jemand drauf ist. Ich hatte gerade auch los. Ich hab eh gerade den Judo-Mutis der Tausend gemacht. Er hat schon, er hat schon, er hat schon. Einfach nur mal abnehmen. Ich leg die Bombe T spawnen hier hin und wir warten auf sie. Der B pusht eh oft. Ich pass auf lower auf, Mango. Ich pass B auf. Mitte hat A behit. Okay. Der hat keine Smokes, nix auf B. Jetzt kommt A nur. Mitte hat er glaube ich auch nur Deagle oder so. Vor B ist einer. Wir haben gerade eine Flash und Shot, glaube ich. Ja, und einer ist CT zurück. Dank. Schön. Mach einer. Flash dir lang rein. Nein, ich guck aufs Radar da ist. Fahr mal, fahr mal, fahr mal, fahr mal. Kommt, kommt, kommt. Rechts. Schön. Ja, B. Da müsste ja noch der A angehittete sein, oder? Weiß ich nicht, ob der auf A rotiert ist. Ah, noch eine. Einfach keine selbst mal gerade. Meine Maus ist weg. Warte, ich flash dir raus, okay? Oh, Scout. Wo? Lukas kommt von Mitte. Push jetzt B. Push jetzt B. Mitte. Geht. Im Eck. Mitte. Mitte. Kommt. Lowlife. 15er P. Kommt. Tür, glaube ich. Bei den Kisten dran. Ehm. Oh man. Komm Jungs. Haben wir schön ausgespielt. Und weiter so. Letzte Runde. Einfach nicht nervös werden. Das jetzt abbuchen. Abbuchen. Ja, lass mal abbuchen Jungs. Einer rüber. Zwei rüber B. Zwei rüber B. Keine A. Möjig. Damals. A. A. B. 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 Ah, langer noch. Ich flash. Flash nochmal. Oh, 10 Jungs. Nice gespielt. 13-23, fast so ein Traumscore.